Luna, Polizistik Der Kuss 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 Da, 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 da Meine Laune ist relativ schlagartig wieder positiv besser geworden. Das wird aber nicht so bleiben wenn... Oh-oh Hm, 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 bombe. Oh, okay. Ah, schiebte, schiebte, schiebte. Lass mich hier raus. Bitte mal die Möglichkeit, dass wir das überhaupt schaffen können. Ja, also meine Nerven liegen ein bisschen blank. Ich werde erstmal gucken, dass ich hoffentlich die Musik ausschalten kann, um mir was hier immer gemütlicheres reinzupacken. Autsch. Wie mache ich das mit dem hier jetzt am besten? Bam. Keine Lacks bitte, weil hier würde ich in dem Fall nicht mal bemerken. Und genau vor der... Und der Strex-Fiel ist wieder aufgetaucht. Ey! Oh. Oh. Ah. Hammer, beruhig dich. Es ist nur ein abartig und faires Spiel. Denkst du, ich hab nochmal Lust, eine Runde zu machen? Hm, 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 hm. Fuck. Hat euikle, hm, 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 hm. Ist das Passwort anders? Wenn ja gut, wenn nein, egal. Ich roll die Strafnitte raus und bin ja hier überall in dem Spiel ab. Das verspreche ich. Ich hab' ne Idee, wie ich dem hier entkommen kann. Geht sogar! Ah! Ok! Hat gar nichts gebracht. Hä? Ich versteh' nur Bahnhof. Also wie ich an das Teil rankomme, soll's für mich jetzt schon mal ne gute Frage. Snell raus. Bin mir überhaupt nicht gefallen. Ich weiß auch schon wieso. So. So. Ah! Ich werd' dich da von Anfang an wieder machen. Danke, dass ihr so großzügig seid und wie aus die Mitte schon gegönnt habt. Nachdem den funktioniert. Hmm, hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Mit Sicherheit kriege ich auch keinen mehr, so wie ich die kenne. Okay, okay, okay. Hm, okay, das war jetzt nicht so abartig schwer, wie man es sich vielleicht vorspielt. Okay, 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 okay. Ihr wisst ja, ja, scheiße. Ich mach's mir einfach. Solange es noch möglich ist. Ich traue euch nicht. Und zwar nie wieder. Ah, ähm... Da kein Megaman. Äh, ich weiß, dass das, äh... Die Schwäche von dem Vieh ist also wie so, man kriegt dann keinen Schaden. ... 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 so als kaputt wieso das eigentlich gerade eben noch mal okay ich heiße auf das jetzt nicht benutzen meinen teleport teil oder das noch mal wie das noch mal war diesmal es geklappt das mal wusste ich was passiert m weiss da der da 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 Nummer 1. Klingt daneben. Ba-ba-ba-ba-ba-bam. Ba-ba-ba-ba-bam. Hoch. Und hier mal schön ein Fliegerchen. Scheiße auf das, was sie eigentlich vorhatten, wie man es machen soll. Ich mache es mir einfach und muss nur alleine herausfinden, jetzt halt, wie viel Leben habe ich? Genug. Also, genug Leben, da kann ich gleich mal herausfinden, wie die jetzt wirklich funktioniert, die Spinne. Kann es sein? Ja. Ja, es kann sein. Ich muss einfach nur an eine gewisse Stelle von dir treffen. Hm. Ich weiß, ich soll es eigentlich mit so wenig Sterben wie möglich machen, aber... Im Moment zählt es für mich nur noch, das Spiel an einem Stück jetzt noch durchzukriegen. Und jetzt weiß ich auch, warum der Freud-Stachel vorher nicht so ganz funktioniert hat. Ah.